so jetzt will ich mal wissen ob ich heute wenn ich in der stadt bin in die klasse geschickt werde und zwar geht es darum dass die normalen masken einen die brille beschlagen lassen jetzt habe ich mal das ding gekauft mit membran und filter da bin ich gespannt ob die mich in der stadt einsperren das ist nicht mehr normal ich glaube es nicht ich bin glück schönen tag noch